Hallo liebe YouTuber, heute wieder auf der Alpenpanorama am Nordmeer zur 13. Folge. So, heute werden wir Gras mähen, das haben wir uns jetzt mal vorgenommen. Und dann haben wir noch zusätzliche Geräte gekauft und zwar, jetzt werden wir gleich sehen. Ich starte erst mal den Helfer, dass der hier die Geräte ansieht. Und hier haben wir unsere Aufsäge gemacht. Den lassen wir jetzt einfach mal fahren, auch wenn man im Skizoot. Dann brauchen wir hier mal einen Traktor. Und wir fahren jetzt mit zum Schupp. Dass es ein bisschen schneller geht, fahren wir mal quer ein. Einfach über die Wiese. Letztes Mal habe ich den Offline ein bisschen eingekauft. Jetzt können wir uns mal anschauen. Aber ich muss glaube ich etwas umstellen wegen dem Ton. So, ein bisschen leiser machen. Sonst ist für die Aufnahme ein bisschen schlechter. So. Dann seht ihr mal, was ich gekauft habe. Ein Mähwerk. Ein Z. Ladewagen haben wir ja. Und dann brauchen wir noch einen Schwader. Den werden wir uns dann auch noch kaufen. Aber jetzt werden wir erst mal die große Wiesen hinter mir. Da brauchen wir ja schließlich mal Heu für die Kühe. Und eine Mischration. Da können wir gleich mal schauen, wie weit das unsere Silasche ist. Am Hof. Mal gucken. Wow, den hebt es aber sauber aus hier. Das wird ziemlich gefährlich. Gutes Gewicht würde ich sagen. Ich hoffe der fährt jetzt dann auf der Wiese oben. Weil ich habe doch die Wiese jetzt oben umgebaut als Fels. Dass der Helfer selber fahren kann. Dass ich zwischendurch mal etwas anderes machen kann. Mal langsam. Nicht, dass er uns kippt. Jetzt mal schauen, ob hier der Helfer überhaupt funktioniert. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Hier habe ich ein bisschen vergessen zum Ansehen. Aber es ist egal. Das machen wir dann später wieder richtig. So. Dann machen wir mal auf hier. Vorne auf. Runter. Hinten. So. Dann setzen wir mal an. Und dann werden wir schnell mehr abtanken fahren. Bei Zuckerrüben. Und dann werden wir gleich mal ausleeren. Das wird das erste Mal sein. In der Zeit möchte ich da der Helfer starten. Ich hoffe der macht das. Wir haben jetzt wenig Leistung. Was ist das eigentlich? 5,6 Stunden. Dann schauen wir mal. 5,6 Stunden. 115 PS. 115 PS. 90. Oh Gott. Oh, oh, oh. Wir haben ein bisschen zu wenig Power. Oh Gott. Wir haben keine andere Leistung, oder? Das heißt, wir werden hier mal abklemmen. Der ist jetzt auch gleich fertig, den können wir auch schnell abtanken. Dann können wir den mal zur Ablaufstation fahren. Dann drehen wir gerne um, damit wir hier mal abtanken können. So, jetzt sind wir schon mal fertig. Das ist das erste hier. Schauen wir mal, wo im Himmel ist denn? Ja genau. So. 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 Jetzt sind wir gleich da. Jetzt müsste es hier rein, malerweise, oder? Jetzt fangen wir mal rein. Jetzt fangen wir hier mal rein. So. Aha. Jetzt fangen wir hier mal rein. So. Jetzt weiß ich mal, wie viel Geld es gibt, für unseren Auftrag. Jetzt fangen wir mal rein. Und wir schauen mal rein. Unser Auftrag, genau. 10.000. Das passt. 43% haben wir schon. 27% wurde hier abgelockt. Ja genau. Der ist eigentlich eh schon voll. Gott, deswegen sind wir hier gefahren. Katastrophe. Naja, müssen wir heute nacharbeiten. So, schauen wir mal. Der ist schon fertig. Dann fahren wir weg. Mann, ist das Fenster hier. So, dann parken wir mal. Ich würde aber sagen, die Sähmaschine stellen wir hier mal ab. Wieder hier rein. Ja, ablassen. Genau. Jetzt muss ich mal bei den Kühen schauen, was die brauchen. Ein bisschen Silage, genau, die hauen wir hier rein. So. 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 Wo kommt hier die Silage rein. So. Jetzt fahren wir mal hinten hin. Vielleicht heißt es dann, also hier kommt Wasser rein, hier ist zwar Stroh. Es heißt doch hier Heu oder Silasche. Warum geht das nicht? Kann man hier das nur einstreuen? Hat das jetzt funktioniert oder nicht? Moment, das teste ich jetzt nochmal. Aber nicht viel, nur ein bisschen. Oh, okay. So, wir haben drauf 1577. Okay. Jetzt fahren wir hierher. So. Kippen wir hier nochmal ab. So. Nur ein bisschen. Nein, das bringt nichts. Kippen. Dann lassen wir das mal. So. Okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Weiter weiter. Dann machen wir das noch ein bisschen sauber hier, ein bisschen ordentlich hier. Der ist ziemlich wendig hier, würde ich sagen. So, machen wir das noch schnell fertig. So. So. Na ja, ist egal jetzt. Das machen wir mir dann. Ein Zettern ist nicht so schlimm. So. Dann würde ich mal sagen, äh, ne, kicken wir hier ab. So, dann stellen wir es. Dann gehen wir da hin, dann zurück. Äh, das Gewicht weg. So. Dann hängen wir den dran. Fahren wir mal weg. Und? Dann schen wir den an hier. So. Ich weiß zwar nicht, was der da zusammenfährt. Na ja. Und jetzt probieren wir es nochmal. Normalerweise müsste es besser funktionieren. hoffentlich zumindest. Wo bin ich jetzt? Na genau. Jetzt müssen wir schauen, wo wir gefahren sind. Okay. Jetzt setzen wir hier mal ab. Und testen wir das Ganze mal. Ich hoffe, der macht's. Wunderbar. Der hat wenigstens Power. Na gut, liebe Leute. Ciao, ciao.